Hi, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast auf meinem YouTube-Kanal Tanyushkas Mini UTV. Heute möchte ich mit dir ein Lied singen und zwar ist das das Lied vom Flo. Das Flo-Lied und Mikos, der kommt natürlich auch gleich dazu. Mal sehen, wie ihm das Flo-Lied gefällt. Okay, ich habe für Mikos auch noch eine kleine Überraschung, die bekommt er am Ende vom Video. Und zwar ist das ein, aber nichts verraten, ein Herz aus Käse, das Käseherz. Mikos liebt Käse. Okay, das bekommt er am Ende vom Video. Okay, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Kommt das Frühjahr in das Land, fangen alle Leute mit dem Flo, fangen an. Kommt das Frühjahr in das Land, fangen alle Leute mit dem Flo, fangen an. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Kommt der Flo ins Bett hinein, baut er sich ein klitzekleines Nestelein. Kommt der Flo ins Bett hinein, baut er sich ein klitzekleines Nestelein. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Macht der Flo den ersten Stich, leckt man sich den Finger und da kratzt man sich. Macht der Flo den ersten Stich, leckt man sich den Finger und da kratzt man sich. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Wird der Flo beim Stich ertappt, wird der Eis geruppelt und kaputt gemacht. Wird der Flo beim Stich ertappt, wird der Eis geruppelt und kaputt gemacht. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Oh, 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 du armer Flo, hast sechs Beine und du hüpfst nur so. Oh, 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 der Mikosch ist so froh, weil er hat ja kein Flo. Yeah! Okay, bye. So, okay, das war es auch schon mit dem Flo-Lied. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und du kannst mich auch abonnieren hier unten auf dem Button. Und ja, freue ich mich natürlich darüber, wenn du vielleicht das nächste Video auch anklickst. Aber jetzt, wie versprochen, bekommt Mikosch sein Käseherz. Genau. Schaut mal hier, da ist das Käseherz. Mikosch, für dich. Ja. Ups, weg ist es. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.